Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Ja, in diesem Video möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, wie ihr 10% mehr Erfahrung bekommen könnt. Fürs Level zum Beispiel wäre das natürlich jetzt ganz nützlich und wie ihr 10% mehr Rufbonus erhalten könnt, dass ihr sozusagen 10% mehr Ruf bekommt. Ja, das Ganze ist natürlich gerade, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der 7. Legion als Allianzler Ruf haben möchtet für die Dunkeleisenzwerge oder natürlich bei den Eidgebundenen für die MAGA-Ochs euren Ruf steigern möchtet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang wieder 10% mehr Ruf, beispielsweise natürlich zum Leveln Erfahrung zu bekommen. Wie das Ganze geht, ist ziemlich einfach. Ihr geht einmal auf den Dunkelmundjama, rennt den ganzen Weg hier runter, bis ihr hier bei KT ankommt, wo das Karussell ist. Dort macht ihr einmal rechtsklick, kauft euch hier für 95 Silber so ein Ticketheft. Das macht ihr dann einmal auf, da sind dann 5 Tickets drin mit diesen 5 Tickets. Ja, könnt ihr sozusagen euch eine Karussellfahrt kaufen. Da sucht ihr euch dann einfach irgendwas aus, ist ja egal. Da springt ihr drauf und dann habt ihr hier, yippie, dem Dunkelmundkarussell gefahren, Erfahrung und Rufzuwachs um 10% erhöht. Das lässt ihr einfach einmal stacken, bis ihr sozusagen eine Stunde voll habt. Und dann könnt ihr wieder runtergehen und fertig. So, das war es auch schon. Jetzt habt ihr eine Stunde lang, ja, 10% mehr Erfahrung während des Levelns und 10% mehr Rufzuwachs eine Stunde lang. Klar, das kann vielleicht ein bisschen stressig sein, wenn ihr jetzt hier jede Stunde her müsstet, aber gerade zum Ruffarmen oder auch vielleicht so für Instanzen. Ich sag mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Tank seid oder auch ein Heiler seid oder auch eine Gruppe habt zum Beispiel, wo ihr leveln könnt, dann bietet sich das einfach an, gerade als Tank, sich einfach hier hinstellen zum Dunkelmundjama und sich halt nochmal 10% mehr Ruf holen und sich dann einfach dauerhaft zum Beispiel Instanzen anmelden. Dann habt ihr, wie gesagt, 10% mehr Erfahrung. Und wie gesagt, auch für den Ruffarmen lohnt sich das. Gerade, wie gesagt, bei der siebten Legion und den Eidgebundenen, wenn ihr halt die Völker haben wollt, habt ihr jetzt eine Woche lang, also seit gestern habt ihr Zeit, bis jetzt Samstag um 23.59 Uhr, habt ihr die Möglichkeit hier auf jeden Fall einfach, ja, euren Ruf und die Erfahrung zu steigern. Wenn das Video euch wieder, ja, für euch hilfreich war, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr natürlich jederzeit gerne was in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, dazu müsst ihr einfach nur einmal unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.